So, liebe Wunsthofer, herzlichen Dank für die Einladung zur Cold Water Challenge 2014. Ihr habt uns damit ganz schön in die Bedrohung gebracht, mitten in der Woche. Hektisch, alle müssen arbeiten, alle müssen zur Schule, aber wir kriegen auch das hin. Und damit wir gleich wissen, wer ansonsten noch mitspielt, nominieren wir gleich für die nächsten. Die Feuerwehr Neustadt und natürlich unsere Freunde von der DLRG Burgdorf und von der DLRG Seende. Leute, viel Spaß. 48 Stunden Zeit, auch was auf die Beine zu stellen. Ansonsten freuen wir uns über eine Einladung zum anständigen Grillfest. Bis dann. Sonne ist da in meiner Stadt. Ich geh' heute ins Freibad. Mit dem aus Kamelhafen, Sonnenbrand, in meinem Bikini vom Altersand. Ja, ich will dich sehen. Am Lichtschwimmernbecken stehen. Du starker, blauer Badenmeister, du. Bring dich von bei mir in der Ton, schaust du mir zu. Willst du, dass ich mit dir geh? Süßer Katron von der DLRG. Ein starker, blauer Badenmeister, du. Bring dich von bei mir in der Ton, schaust du mir zu. Wo willst du, dass ich mit dir geh? Süßer Katron von der DLRG. Ich hatte dich im Wasser gezogen. Äh, ja. So, meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir sehen alle aus wie Sau. Gleich noch ein Abschlussfoto von uns. Und dann, hoffentlich, sehen wir uns so schnell auf diesem Kanal nicht wieder. Bis dann.